Zur Sicherheit. Gut, ey, du hast mir das Pehnschmerz geschossen, Alter. Auf den Bauch, Alter, ich stehe vor dir. Da schießt er mir das Bein weg. Komm mal rein zu hier. Ist ja eigentlich was in diesen Containern drin, hab ich noch nie geguckt. Ich auch nicht. Seid ihr schon im Roten? Nee. Nee. Ich komm raus. Jetzt müssen wir aufpassen, die können jetzt halt von hier kommen, von rechts. Aus dem Zaundurchgang. Ihr könnt hier mal ins Rote reinrennen, ich behalte hier den Zaundurchgang im Auge. Der doch von vorne kommen. Oder sie können schon drinnen sein, Beutel. Also Vorsicht. Naja, so schnell geht es nicht, oder? Die drüben bei Trailerpark gespawren sind auf jeden Fall. Was? Oh, schon wieder so ein Step, Alter. Tür oben ist noch zu. Doch, jetzt. Wer schießt? MG da drüben. MG ist also stationäres, oder? Warte mal, seid mal ruhig. Hier hab ich sie. Okay, das ist bei uns hier. Von hinten. Ich seh jemanden. Walli, Walli. Oh, kloppt sich auch noch. Die schießen Skeps zusammen. Walli, Walli. Laufst du am Zaun lang? Wer läuft am Zaun? Ich nicht. Bist du hinter dem LKW, Matze? Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Auch in. War ein Scaf, glaube ich. Meinst du? Ja. Bist du hinter dem blauen LKW, Matze? Ja. Okay, alles klar. Der passt auf dich geschossen, ey. Ich renne jetzt. Oh gut. Ich renne jetzt wieder hier in meinen Gebüsch. War das ein Scaf? Wo bist du? Ich bin hier unten. In der Halle. Ja. Links von mir sozusagen. Also ich bin auf wo wir reingehen sind. An dem Tor. Oh, Benji. Ich seh gerade, ich hab deine 60 Schuss BT Munition noch mit. Macht nichts. Nutzen die die was? Ich höre was. Ich höre Schritte. Die kommen von links, Benji. Ist hier hinten noch ein Eingang? Kann hier irgendwo jemand rein? Ja. Ich höre auch. Ich höre auch. Wo ist denn der Eingang? Scheiße. Freunde, leise ich jetzt. Daumen. Okay, Mazza hat geschossen. Er müsste das Zeitliche gesegnet haben. Gut. Weil jetzt kann man den ja überraschen. Weil es das auch nicht getan hat. Kannst du mir sagen wo der war? Der war an dem Brunnenring. Der war durchs Loch. Nee, der hustet hier. Der hustet. Warte. Lass mich den erschießen. Ich brauche noch ein Pistolenkühl. Weg Beutel. Weg da. Granate. Hau ab. Och Beutel. Das war ich nicht. Ach so? Benji ist das oder? War ich ja. Och Benji. Sag doch was das Ding ist. Hab ich doch. Nicht? Ein Beutel hab ich gehört. Ich hab gesagt ich geh ihn mal hin. Ach du hast den jetzt Benji. Ich hab den heilen hören. Der hat definitiv verklebt. Ich wollte den erraschen. Ich hab gesagt nicht raschen. Ich dachte Beutel hat das gesagt. Scheiße. Ja. Hast du jetzt Benji erledigt? Er fiel um wie von Blitz getroffen. Alter. Mist. Müssen wir Benjis Klamotten mit rausschleifen. Alter. Erstmal müssen wir den Typen kennen. Ich bin tot. Warte der erlebt noch. Der hat sich grad. Naja wenn der sich heilt ist ja scheiße ne. Ich weiß nicht. Der hat sich auf jeden Fall. CMS reingeknallt. Die Granate muss ihn doch auch zerrissen haben oder? Ich weiß nicht ob er hinter der Mauer oder vor der Mauer war. Der war auch hinter der Mauer. In dem Gebüsch. Den muss die Granate mit zerrissen haben. Ich mach hinten mal die scheiß Tür zu. Nicht dass wir uns den Rücken schießen. Wo ist der Typ? Oh Mann die Scheiße hier. Er muss hier gelegen haben. Hier war er irgendwie mit dem Tisch. Hier haben sie. Tatsächlich. Kannste seine Pistole nehmen. Seine Marke. Das hat dann auch ich gebraucht. Ja. Und wer hat den anderen erschossen gewonnen? War ich das oder warst du das? Scheiße Leute. Was denn? Naja weil ich doch diesen scheiß Pistolen kill brauche. Das wäre meine Chance wieder mal gewesen. Warum hast du den nicht genützt? Na weil du vorgerannt bist. Ich habe gesagt ich gehe hin und dann wird es da auch noch von der Granate erschossen. Ja Jules, sonst warst du von der Granate. Ich hab mich nicht so mitwagen immer. Ich hab gesagt ich brauche doch den Scaf. Das war kein Scaf. Ich brauche den Spieler. Scheiße. Matze kannst du Benjis Weste nehmen? Die schmeißen wir dann irgendwo ins Gebüche. Ja. So Benji die sind schon mal safe. Na sie. Guck mal die jetzt sind. Ich hab die irgendwo hingefuckt. Jetzt sehe ich sie nicht mehr mehr. Das ist gut. Oh boy. Oh. Benji. Äh boy. Wo bist du? Ich bin neben dir. Ok da vorne rennt einer. Das war ein Scaf irgendwo. Mann ich häng fest. Ich hau erst mal Benjis. Ich geh ins rot rein. Ich hab Benjis Weste ins Pisch gefeuert. Äh body armor. Ich geh jetzt zu dem anderen Ausgang. Ich brauche nur diesen einen scheiß Scaf alter. Ja. Mit der Knache schlecht ne. Ist der Typ. Ah da oben ist er. Warte. Ich halte inne. Ich drücke alt. Und. Ey scheiß drauf. Gutum. Ey das ist kein Scaf. Das ist ein Spieler. Oder? Dadurch gepflegt. Achst du ein Scaf? Oh meine Fresse ey. Von wegen gute Muni und so. Der hat nicht mal Amor der Typ. Ja. Ich hab nen Tod. Ich hab nen Tod. Benji. Wer steht da vorne am Müll? Ich. Mit seinem Zucker. Achso. Du bist hier. Ohne Scheiß. Cool. Du wurdest lange erben. So arm. Einzelfeuer. Und. Jetzt. Und. Wir nicht in die. Ja. Wenn ich. Ich wechsel. Ich wechsel. Du. Ey alter. Der hat's mir voll gegeben. Scheiße. Hast du jetzt. Was hast du jetzt für ein Magazin drinnen? Alter. Du weißt das jetzt noch. Bt. Warte. Ich weiß nicht ob der Typ tot ist ne. Jetzt hab ich HP. Nein der ist nicht tot. Ist nicht tot. Ich hab das falsche Magazin drinnen. So ne Scheiße. Schieße doch mal tot. Ich kann doch nicht. Ich hab nix. Mann. Warte. Wo ist n? So. Er ist tot. So. Stange. So. Einzelfeuer. Ja. Wohin? Auf den Bauch. Halt dich fest. Oh. 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 Warte. Oh. 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 Was sagt sie? Noch. Gar nichts. Achso. Mach nochmal. Oh. Oh. Alter. Da kriegst du jetzt immer noch Angst. Ey. Geht gar nichts weg. Alter. Schieße. Das war daneben. Nicht getroffen. Schieße. No. Alter. Alter. Da geht ja kaum was runter von der Body Armor. Schieße. Ja. Schieße. Ja. Schieße. Schieße. Okay. Gib. Gib. Ja. Wir müssen noch. Müssen noch. Wir stecken noch was drei ab. Ja. Ach. Gib. Oh. Jetzt ist glaube ich mein Schlipper rot. Warte. Ich muss mich mal heilen. Heile war noch voll die Boote. Hey man. Let's unite. Shut up. God damn it. You fix it to cooperate. Das. Feuer. Weiter. Oh weiter. 54 haben wir erst. Weiter. Warte. Der Schlipper ist rot. Der. Magazin. Warte. Ich habe noch. Schmeiß es hin. Ich lad's auf. Heißes Schuss geworden das jetzt. War das Doppel L. Doppel R. Ja. Wäre noch nachladen. Ja. Passt es. Warte ich. Ich heb's auf. Ihr könnt ja mal gucken. Nicht dass welche angelockt sind. Ich schau mich mal hier hin. Und lad nach. Ich geh hoch. Erstmal einen Schlipper wieder entfernen. Mann ey. Das dauert ja ewig. Die Rüstung runter zu. Ey. 47 haben wir schon Benji. Das ist nicht mehr viel ja. Das ist nicht mehr viel. Hier ist eine Kiste hier hinten in dem blauen Ding. Echt? Ich werde geklappt. Boah. Das ist ja wie ein Sprorlein. So. Gut. Warte ich schmeiß es dir ja hin. So. Da. Gib Gas. Hast du die Richter? Munition drin. HP. HP hm. Cool. Feuer frei. Weiter. Warte. Stopp. Stopp. Ey 36. Sollte reichen. Wie viel muss ich runter? Von 0 bis die Hälfte. Kannst du behalten. Geschenk des Hauses. So. Na dann lass es uns raus. Also zu wenigstens mal eindecken hier die Karte. Mhm. So. Hast du das Magazin noch drin Benji? Schieß nochmal. Jetzt stirbt er. Wo bist du? Hier. Zur Sicherheit. Gut. Ey. Du hast mir das Peen schwarz geschossen. Alter. Auf den Bauch. Alter. Ich stehe vor dir. Da schießt er mir das Bein weg. Die ganze Zeit. Ey. Na gut, dass ich Penkele gefressen habe. Sonst könnte ich jetzt nicht mal zum Auto rennen. Alter. Guckst du nicht schlecht. Dann schießen wir die Beine ab. Ja. Ein Praller sozusagen. Mhm. Das kann sein. Da hab ich doch hier Zucker gefunden. Unten auf dem Müllhaufen. Geil. In dem Müllhaufen. Oh 5 Sekunden. Los zum Auto. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Alter. Geil. Kann ich endlich die Scheiß-Potty-Armor abgeben. Alter. Ey. Wie lange ich danach gesucht habe, um mal eine kaputte zu finden. Preiswerte im Auktionshaus. Ich hab ganz vergessen. Jetzt bin ich richtig auch. Ja. Aber fast 900.000 für so einen Spaß, Alter. Das ist... Ein Blödsinn. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.